Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der war irgendwann um 10.07 und da war mit 5.15 Uhr. Wir drehen haben mir gesagt, was ist denn hier? Und dann bringt er das einmal in der Hand. Und dann starten wir den Mann. Dann starten wir einmal 2, einmal 3, einmal 3. Das ist alles Keinigkeit. Also, du hast das, dass ich mich auf Deutsch machen. Aber ich habe die ersten Nachfolge auch. Ich bin normalerweise drüben. ich bin normalerweise drüben und so weiter. Ich bin normalerweise drüben. Ich bin normalerweise drüben. So, ein bisschen, was? 30, halt! Den hoffen wir dann auch nimm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017